Active Backup ist ein richtiges Power-Tool, mit dem ihr andere Geräte und Cloud-Daten sichern könnt. Und in diesem Video haltet ihr einen Überblick darüber, was genau ihr eigentlich mit den einzelnen Paketen von Active Backup umsetzen könnt. Außerdem schauen wir uns die einzelnen Benutzeroberflächen einmal an und gehen dann auf das Thema Speichereffizienz ein. Active Backup ist ein wirklich umfassendes Backup-Tool, mit dem ihr Dateien, Einstellungen und Software von verschiedenen Geräten und Cloud-Diensten zentral auf euer Synology NAS sichern könnt. Es besteht aus drei verschiedenen Paketen, die für Synology NAS ab der Plus-Serie verfügbar sind. Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft 365 und Active Backup for Google Workspace. Alle drei Pakete sind lizenzkostenfrei. Mit Active Backup for Business könnt ihr PCs, Laptops sowie physische und virtuelle Server absichern und gegen ihr Cloud-Daten mit den Paketen Active Backup for Microsoft 365 und Active Backup for Google Workspace sichern könnt. Euer Synology NAS bildet dabei immer das Sicherungsziel. Schauen wir uns als erstes das größte und umfassendste Paket genauer an. Active Backup for Business. Und direkt vorweg an alle Privatnutzer unter euch, lasst euch nicht von dem Wort Business in dem Namen hier abschrecken. Active Backup for Business mag zwar eine sehr attraktive Lösung für Unternehmen sein und auch professionelle Funktionen bieten, aber dadurch, dass die Software so benutzerfreundlich ist, eignet sich das Paket genauso für diejenigen unter euch, die beispielsweise einfach zu Hause ihren gesamten PC oder Laptop sichern möchten. Also was genau könnt ihr jetzt wie und in welchem Umfang sichern und welche Wiederherstellungsmethoden stehen euch später zur Verfügung? Hierzu mal eine kleine Übersicht. Wie bereits erwähnt, könnt ihr mit Active Backup for Business eure PC-Systeme sichern. Microsoft Windows zum Beispiel, darunter Windows 7, Windows 10 und natürlich auch das neueste Windows 11. Aber auch macOS-Systeme könnt ihr mit dem Paket mit absichern. Bei den Backups handelt es sich in diesem Fall um sogenannte Image Backups, bei denen das gesamte System und nicht nur auf dem PC gespeicherte Dateien gesichert werden. Das ist besonders dann hilfreich, wenn euer System beispielsweise nicht mehr richtig funktioniert und ihr in diesem Fall das System auf einen anderen Stand wieder zurückspielen möchtet. Oder es passiert etwas mit eurem Laptop und ihr möchtet auf eurem Ersatzgerät nicht alles von Grund auf neu installieren und einstellen. Genau in solchen Situationen kann sich so eine Wiederherstellung des gesamten Systems wirklich voll für euch auszahlen. Statt einer kompletten Wiederherstellung könnt ihr auch einzelne Dateien und Ordner aus diesem Backup ziehen. Das geht über das Wiederherstellungsportal und ist praktisch für zwischendurch, wenn zum Beispiel aus Versehen eine Datei gelöscht oder überschrieben wurde. Oder ihr Änderungen einer Datei später lieber wieder rückgängig machen möchtet. Da seid ihr flexibel. Mit physischen Windows- und Linux-Servern funktioniert das übrigens genauso. Diese könnt ihr übrigens zusätzlich auch als virtuelle Instanz wiederherstellen. Alle Spezifikationen im Detail, darunter Features, unterstützte Systeme, mögliche Limitierungen, das findet ihr in der Videobeschreibung. Eine Gemeinsamkeit von Backups für PC-Systeme und Server ist, dass sie mithilfe eines Agents funktionieren. Ein Backup-Agent ist eine Software, die hilfsweise auf die zu sichernden Geräte installiert wird. Sie ermöglicht es dem Backup-Server, in unserem Fall unserem Synology NAS, eigenständig auf das System einmal zuzugreifen und dieses dann zu sichern. Auf diese Weise könnt ihr ganz automatisch versionierte Backups von mehreren PCs und Servern zu einem festgelegten Zeitpunkt oder einem bestimmten Ereignis durchführen lassen. So ein Ereignis kann beispielsweise das Starten eures PCs sein. Die Backups werden dann zentral auf eurem Synology NAS gespeichert. Natürlich könnt ihr auch solche Backup-Aufgaben ganz klassisch manuell anstoßen. Ganz ohne Agent könnt ihr hingegen virtuelle Maschinen und File-Server sichern. Synology unterstützt für Backups von virtuellen Instanzen verschiedene Plattformen von VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Beispiele für unterstützte File-Server sind wiederum zum Beispiel Systeme von NetApp oder Nutanix oder generell File-Server, die sich über das Netzwerk via SMB oder Arsync-Protokoll sichern lassen. Seit einiger Zeit könnt ihr zudem auch Synology NAS-Systeme vollständig sichern. Auch dafür gibt es einen passenden Agent, der in DiskStation Manager installiert werden kann. Und jetzt sprechen wir über das Thema Speichernutzung bzw. besser gesagt Speichereffizienz. Active Backup nutzt hier das sogenannte Verfahren der Deduplizierung. Deduplizierung ist ein Prozess in der Datenverarbeitung, bei dem doppelte Daten identifiziert und entsprechend entfernt werden, um Speicherplatz zu sparen und die Effizienz zu verbessern. Somit werden nur einzigartige Dateninstanzen gespeichert. Für mehrfach vorkommende Daten werden stattdessen sogenannte Verweise, also Pointer, Pfeile angelegt. Das könnt ihr euch wie bei einem Bauplan vorstellen und jedes benötigte Teil ist dort einmalig mit der benötigten Anzahl und den passenden Stellen zum Einfügen aufgelistet. Bei Active Backup geschieht dieser Prozess auf Blogebene, also bereits vor der fertig gebauten Datei. Und das Ganze passiert auch schon während der Sicherung. Das ist sehr effizient und kann sogar dazu führen, dass Backups von Systemen, die eigentlich größer sind als der verfügbare Speicherplatz, dann doch gespeichert werden können. Bei File-Servern erfolgt die Deduplizierung pro Datei, bei den anderen Backup-Quellen hingegen sogar systemübergreifend. Und systemübergreifend heißt hier, ihr habt sozusagen einen großen gemeinsamen Bauplan über alle gesicherten PCs, Server oder virtuelle Maschinen über alle Systeme hinweg. Und das kann einen wirklich großen Unterschied beim tatsächlichen Speicherverbrauch ausmachen. Vor allem dann, wenn ihr viele Backups von ähnlichen Systemen macht, wie zum Beispiel 10 Windows-Spitzies oder 3 Windows-Server. Schauen wir uns kurz mal die Benutzungsberfläche von Active Backup for Business an. Im Dashboard verschafft ihr euch einen Überblick über all eure gesicherten Systeme und laufenden Aktivitäten wie Backup-Aufgaben. Mit dem Sicherungskalender könnt ihr prüfen, an welchen Tagen Backups erfolgreich durchgeführt wurden und ob innerhalb der letzten Woche vielleicht eine Sicherung fehlgeschlagen ist. Ihr könnt außerdem anhand der letzten Sicherungszeit einsehen, wie lange bereits das letzte Backup des jeweiligen Geräts her ist. Und für die Administratoren unter euch gibt es natürlich wieder Protokolle, zu Ereignissen und Aktivitäten. Der Speicherstatus ist wiederum für jeden von euch interessant. Ihr könnt hier genau einsehen, wie viel Speicher die Backups eurer verschiedenen Gerätetypen in Anspruch nehmen würden und wie viel Speicherplatz dann nach Deduplizierung und Komprimierung letztendlich auf eurem NAS verbraucht wird. Ganz unten könnt ihr über die Übertragungstrends nachverfolgen, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten besonders viele Daten auf das Synology NAS übertragen werden und von welchen Gerätetypen diese Daten stammen. Auf diese Weise könnt ihr die Auslastung eures Netzwerks besser einschätzen. Über das Menü auf der linken Seite wählt ihr dann die einzelnen Gerätetypen aus und verwaltet eure Backup-Aufgaben. Außerdem könnt ihr separat dazu die Speicherorte der Backups verwalten, den Wiederherstellungsstatus und Aktivitäten einsehen und verschiedene weitere Einstellungen anpassen. Dazu aber mehr in den einzelnen Einrichtungsvideos. Wir wechseln an dieser Stelle zu den beiden anderen Active Backup-Paketen. Denn wenn ihr eure Cloud-Daten absichern wollt, dann sind Active Backup von Microsoft 365 und Active Backup von Google Workspace die passenden Pakete für euch. Das Ziel ist hier die Absicherung eurer Software-as-a-Service-Daten. Ihr könnt also für sowohl Microsoft Office 365 als auch für Google Workspace sicherstellen, dass ihr eure wichtigsten Daten auch immer lokal griffbereit habt. Im Fall von Microsoft 365 werden aktuell Microsoft 365 Business, Enterprise, Education und Exchange Online unterstützt. Ihr könnt dann neben Dateien aus OneDrive auch E-Mails, Kontakte und euren Kalender sichern. Und auch Sharepoint-Sites und Daten aus Microsoft Teams können Teil dieser Backups sein. Im Fall von Google Workspace könnt ihr wiederum Daten aus Drive und Gmail sichern, sowie eure Kontakte und euren Kalender. Und für alle unter euch, die sich die Funktionen und Einschränkungen wieder im Detail ansehen möchten, wir haben euch in der Videobeschreibung für beide Pakete die Feature-Webseite und die technischen Spezifikationen verlinkt. Die Benutzeroberfläche und das Dashboard ist bei beiden Anwendungen gleich aufgebaut und ähnelt sehr dem Dashboard von Active Backup for Business. Neben dem generellen Überblick könnt ihr im Bereich Aufgabenlisten wieder eure Backup-Aufgaben verwalten. Über die Aktivitäten und Protokolle könnt ihr Ereignisse nachvollziehen und in Active Backup von Microsoft 365 gibt es dann noch ein paar weitere Einstellungen, die auch beim Managen von mehreren Konten und Benutzern weiterhelfen. Beide Pakete bieten zudem ein eigenes Wiederherstellungsportal. Das könnt ihr über eine separate Anwendung aufrufen, um schnell und einfach einzelne Daten entweder wiederherzustellen oder zu exportieren. Fazit. Wie ihr seht, ist Active Backup eine wirklich umfangreiche Backup-Lösung, mit der ihr bereits eine ganze Reihe an Geräten und Diensten auf euer Synology NAS absichern könnt. Und ich hoffe, dass ihr euch in diesem Video einen guten Überblick darüber verschaffen konntet, was die einzelnen Anwendungen so können und welches der Active Backup-Pakete für euch vielleicht interessant sein könnte. Das war's für dieses Video. Alle wichtigen Links findet ihr wieder in der Videobeschreibung und wenn ihr mehr über einzelne Backup-Lösungen und deren Einrichtung erfahren möchtet, dann schaut doch gerne bei unseren anderen Backup-Videos vorbei. Bis dann!